Ja, ich glaube, den Leuten wird meine Siegerrede gefallen. Du wurdest weggebumst und dann verbeuge ich mich. Tina, sag nicht wegbumsen. Was hast du gegen wegbumsen? Ich hab dich weggebumst und Mom und ich werd jeden in der Schule wegbumsen. Tina, Tina, nein, 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 nein. Wartet, der Gewinner sagt immer was zur Menge? Ja, so läuft das. Und die Leute müssen zuhören? Das wollen sie sogar, denn wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause. Und jetzt bumse ich dich weggebumst. Oh mein Gott.